Herzlich Willkommen zum Videoblog Nummer drei. Hier ist eine knallrote Vespa und hier ist ein Anhänger. Beides gehört zusammen und mit zwei solcher Garnituren wollen wir nach Indien fahren und da geht es auch schon bald im Juli los. Der Anhänger ist da, beide Anhänger und was wir mit diesen beiden Anhängern schon erlebt haben, das erzählt euch jetzt Christian. Die Anhänger haben wir wirklich im größten Teil nicht gebaut und die Anhänger sind teilweise, sage ich mal, nicht ganz komplett gekommen. Die Elektrik war fast nicht fertig bis gar nicht fertig. Es waren sehr viele Nachbesserungsarbeiten dann doch noch notwendig, bis wir sagen haben können, ja das kann man so verwenden, damit wir damit auch fortfahren können. Naja es war, die Blinker waren im Hauptkasten nicht angeschlossen. In der Vespa war die ganze Elektrik nicht verkabelt. Die Steck, die Kupplungen, die für die Elektrik war nicht montiert und auch so nicht zu gebrauchen, weil die Masse nicht korrekt war für die Blinker. Da haben Kabeln gefehlt. Diverse Schrauben und Muttern waren locker. Die Arbeiten an der Verkleidung für den Rahmen von der Vespa waren teilweise nicht gut ausgeführt. Da hat es noch massive Nachbesserungen gegeben. Ja momentan sind wir so weit, damit wir eigentlich in Österreich zum typisieren fahren könnten, also können und auch tun und eigentlich zum Fortfahren bereit sind. Wir haben die Anhänger jetzt so weit, dass wir in zwei Tagen mit den Dingen zum typisieren fahren. Da müsst ihr uns jetzt die Daumen drücken. Das ist ganz wichtig. Apropos drücken, da von euch aus rechts unten ist ein Button zum Abonnieren. Es ist kein Fehler, den auch anzuklicken, zu drücken. Dann seid ihr immer über alles informiert, was wir machen. Bevor wir aber jetzt natürlich zum typisieren fahren, unsere Anhänger sozusagen offiziell für die Straßen genehmigen lassen, haben wir natürlich mit den Dingen schon unter Volllast auch Probefahrten gemacht und da ist auch ein bisschen unsere Drohne zum Einsatz gekommen. Na, wie gefällt euch der Anhänger? Ist doch eine super Sache! Oder war er zu kurz zu sehen? Wir zeigen euch jetzt noch ein bisschen länger. Viel Spaß! Und dann geht es weiter. Im nächsten Blog werden wir euch ein bisschen was noch einmal über die alles entscheidende Frage erzählen, wie schaut es mit dem Geld aus? Denn da sind ganz viele Reaktionen gekommen, auf das gehen wir dann im vierten Blog ein. Für heute, alles Gute! Bis zum nächsten Mal.